hallo und willkommen zu einem games pick up spezial ich habe mich irgendwo vermehrt in promos verliebt von computerspielen und ich zeige euch jetzt hier eine ganze menge die ich neu habe für die xbox 360 promos von computerspielen haben es mir in letzter zeit verstärkt angetan die dass ich sie suche und ich viele besondere highlights habe ich auch gefunden ich werde euch auch noch zukünftig eine menge highlights zeigen ich werde das in verschiedenen videos packen ich habe es hier im ganzen karton voll mit neun spielen für die xbox 360 promos die ich mir von einem kollegen abgekauft habe die er nicht mehr brauchte an einem journalistenkollegen der auch keinen platz mehr hatte und ich bin ja auch einer der in dieser branche ein bisschen tätig bin und freue mich immer wieder wenn ich was wenn ich über die spiele schreibe und irgendwie bin ich dadurch an promos auch hängen geblieben ich habe eine erinnerung damit eine verbindung damit und ich finde die schon besonders natürlich sind die spiele einzeln genauso aber es ist muss haben noch so ein gewissen reiz für mich ja und irgendwie weiß ich nicht ich habe zurzeit das so dass ich eine ganze menge gefesselt bin davon und ich wollte euch das nicht freund halten ich zeige euch diese promos was es nicht erkläre ich das anhand einer promo die ich jetzt hier gleich zeige einfach mal was es bedeutet eine promo zu haben promos für die xbox 360 zum beispiel wie diese hier für guitar hero metallica so aus das steht oftmals dann nur für werbezwecke nicht zum weiterverkauf bestimmt diese werden in der regel für journalisten und auch für geschäfte freigegeben die halt verkaufen da werden die öfter mal dann als anreiz als vorführer objekt dann ja zugekommen geschickt für dann ist natürlich zur rezension das ist jetzt hier die normalen promos die sind oftmals produziert noch kurz bevor das in die fertige produktion geht ja was kann ich noch dazu sagen sie unterscheiden sich nicht immer vom späteren release das muss man auch dazu sagen also inhaltlich sind die zu 99 prozent identisch ich habe es schon gehabt bei einem spiel es kann sogar sein dass das hier auch noch mal zwischen ist es sind auch einige doppelt dabei es werden aber ich auch nicht alle in meiner sammlung wenn ich alle in meiner sammlung bleiben sagen wir es mal so rum aber es sind halt ein paar sachen dazwischen und ja die werde ich auf jeden fall mal behalten und ja wie gesagt und mich reizt eben halt das besondere thema und ich bin jetzt davon abgekommen es gibt spiele eben halt wo noch nicht alles unbedingt drauf ist ich habe es jetzt gehabt bei einem spiel ich glaube das ist jetzt hierbei ich gucke jetzt mal jetzt greife ich noch ein bisschen vor ich glaube das ist hier ja genau und zwar hier ich weiß jetzt nicht mehr genau ob es das war oder ob ich die playstation 3 version als promo bekommen habe vorab weil das ist hitman absolution hier steht jetzt auch für promotional copy not for resale steht hier ist die erfassung ab 18 das ist auch komplett das spiel bin mir nicht sicher ob hier schon die deutsche synchronisation drauf war das kann manchmal sein dass eine deutsche lokalisierung nur im textbereich ist und noch nicht im ton kann auch vorkommen weil wie gesagt die werden vorab eben halt oftmals rausgebracht eben halt wie gesagt die metallica habe ich jetzt als erstes gezeigt hier ist es jetzt deutsch draufgeschrieben hier seht ihr es ist englischer promotion und wir können mal sehen was wir hier an unterschiede sehen usk ist meistens schon vergeben und wir sehen von innen aus so da die cd ist manchmal nicht bedruckt und hier steht aber auf jeden fall immer promotional disk not for resale zu 99 prozent sind die weiß die das können aber auch noch silber sein ganz selten sind sie bedruckt aber meistens es steht fast immer promo drauf ja manche sind eben halt noch nicht usk geprüft gibt es leider auch oder pegi version somit sind die teilweise wirklich uncut bei metallica guitar hero wird da jetzt kein unterschied sein handbücher sind selten dabei also wirklich innenliegend sehr selten ich meine ich habe noch keines gehabt was wirklich offiziell in liegen war wenn es ziert ist denn die kommen oftmals verschweißt an also sind wirklich komplett banderole so wie man es kennt von den xbox und verschweißt so werden die auch in der presse verteilt manchmal ist ein flyer drin der die controls erklärt pressemäßig wird manchmal das handbuch wenn es schon existiert beigelegt das wird dann zusätzlich mitgeschickt habe ich auch schon gehabt ja also wie gesagt ich habe jetzt hier neu bekommen metallica guitar hero das ist jetzt meiner sammlung was ich davon behalte weiß ich noch nicht dass es kann auch sein dass ich 12 schon mal in meiner sammlung hatte ich habe jetzt ein ganzes bundle erworben zu einem sehr guten kurs über den preis rede ich nicht das habe ich versprochen und ich das nächste war hitman absolution auch hier seht ihr und hier könnt ihr genau sehen hier ist ein flyer drin dann kann ich nicht den code aber hier seht ihr dann eben halt den flyer der war auch drin so hatte man dieses vorab spiel hier glaube ich mit dem scharfschützen war auch schon drin beziehungsweise das ist der contracts passcode und ihr seht ja hier eben halt auch wieder weiße disk das spiel von capcom wie gesagt auch hier ganz normal deswegen werde ich auch nicht jedes spiel jetzt öffnen nur damit ihr mal seht wie es aussieht auch hier wie gesagt gar keine jugendfreigabe ob ich es rein zeigen dürfte egal ich habe es gezeigt auf jeden fall schöne titel habe ich jetzt hierbei aber auch 08 15 titel hier für dich knickt leider ist die hülle ein bisschen kaputt das ist manchmal so die kommen auch so kaputt an oder so manchmal aber ich weiß nicht ich habe es ja von aus einer sammlung übernommen promotional copy von dr kawashimas body and brain exercise auch hier alles gesagt für knickt deswegen auch in dieser knickt hülle ja insgesamt sind hier 37 spiele drin aber auch ein paar doppelt und ich gehe einfach weiter hier haben wir prince of persia the forgotten sands die promo ich werde jetzt nicht jedes aufmachen dass sein ich sehe dann unterschied so hier haben wir erstmal hier so alles normal aber es ist sniper ghost warrior wie gesagt nur 360 spiele ich habe aber auch noch weitere promos ich euch zukünftig mal zeigen möchte von für die playstation 1 playstation 2 xbox worden habe ich nicht so viele aber für die 4 also bis 4 gibt es fünf habe ich noch keine promos gesehen es gibt wohl vereinzelt welche aber ganz ganz selten aber wir sind jetzt bei xbox 360 kommt weiter geht es so hier habe ich auch einen guten titel und hier habe ich rage auch großartiger titel von befestor und all die das ist etwas schwerer weil da sind mehrere das drin also das spiel geht auf 3d ist muss ich vorstellen hier rage für die 360 ist auf drei disk gekommen und ich habe playstation 3 hat es nur eine also schon sehr interessant das ganze so was haben wir hier bioshock dann hier ein spiel es ist geöffnet hinten sogar das muss ich verdecken damit es ist gleich wenn ich umdrehe also arkansas city hier war es zielt noch ist aber gebrochen weil was hat es ausprobiert und jetzt versuche ich ein bisschen zu verdecken und das wird auch manchmal gemacht da wurde aufgeklebt dann der catwoman dlc code für die presse damit man das gleich hatte was ich natürlich drauf irgendwie gehört es dazu und dafür hier seht ihr auch kein usk das ist noch die version text ist da auch in englisch hinten das ist oftmals aber hier seht ihr in der disk usk 16 also es ist schon die deutsche version und ja genau genau das wollte ich auch sagen so ist es so weiter geht es auch ein spiel hier sind zum beispiel das handbuch mit drin deswegen das ist so das ist pre 60 hier seht ihr mit handbuch aber auch ganz normal die disk lag wo einzeln bei weil er es getestet hat ist dann das mit reingepackt hier war nun aufkleber xbox live drauf der ist abgekast worden vielleicht ist die hülle auch mal ausgetauscht worden das kann ich euch nicht sagen das muss der betreffende auch nicht mehr so ich habe hier ein mega highlight das zeige ich als letztes mit ich bin eine ganze menge highlight kann man ganz ehrlich sagen so hier auch noch zweimal dasselbe spiel und zwar ist das hier einmal prototype 2 das ist sogar noch zielt beides prototype sind zielt ich habe es in eine zusätzliche schutzhülle gepackt weil es leider nicht hundertprozentig zielt ist weil es ist noch zielt aber diese hülle ist leider oben kaputt gegangen somit ist sie offen aber es ist hier alles noch verklebt der rest ist also es ist beziehungsweise hier oben noch ein bisschen eingerissen aber das wollte ich noch weiter schützen deswegen ist das auch hier jetzt komplett und was ihr jetzt hier sehen könnt hier ist noch der red ist auch ein code unten drauf gedrückt gewesen und die ist auch noch zielt aber das wollte ich euch eben zeigen zweimal zielt das game das wird natürlich nicht so in meiner sammlung bleiben weil da habe ich keine verwendung auch ein spiel was mit handbuch kam aber in meiner sammlung bleiben wird falls schon was besonderes ist das musste sein das ist doch geil und hier seht ihr ist auch englischer text hinten promotional copy aber ab 16 awake für mich eins meiner einzige highlights aus dem ganzen lot ich muss sowieso beschrägt das mal zu viele so ein spiel ich bin kein ja auch normal die cd bin ich bin jetzt nicht so der rennspieler aber hier bei rich racer anbau und die promo von namco kein schlechtes spiel und dann haben wir hier schiff zwei an liegt noch hier ist was gefallen und zwar folgendes hier ist folgendes hier ist die promo und hier seht ihr das handbuch der limited edition und ich weiß gar nicht ob der das dazu gepackt hat oder ob die presse mich dann schon so fertig war dass sie dazu kam noch mal das spiel für die 360 limited edition ist sozusagen hier noch einmal mit dabei ist natürlich auch was cooles dabei aber auch alles in sehr gutem zustand die cds sind alle wie neu wie geleckt kann man ja was zu sagen und dann pack ich mal hier hin ich kann es ja nicht auf die 18 so sehr lassen so kommen wir weiter und hier habe ich noch zielt da habe ich noch keine schutzung herumgepackt das muss ich aber noch hier haben wir arkham origin für die 360 komplett zielt ihr seht komplett verschweißt richtig kultig ist natürlich mega gut das muss wie gesagt noch verpackt werden und ein spiel ich zeige euch vorab ja das habe ich doppelt auch dabei und zwar habe hier einmal komplett zielt deswegen schutzte need for speed carbon komplett zielt und hier ist noch einmal anzieht dabei ich weiß nicht warum doppelt aber egal er sagte mir auch dass ein paar doppelt und ihr seht hier auch ganz normal die disk drin cool irgendeinen racer hatte ich jetzt muss ich mal gucken da war eine bedruckte cd drin jetzt natürlich natürlich gucken dass ich euch das auch zeige weil das gab es auch mal ich weiß nicht mehr gerade welcher racer und ich greife natürlich jetzt voraus es sind noch einige racer dazwischen so hier habe ich dort drei hier ist nur der pass und mit code deswegen habe ich zugedeckt und die code masters promo richtig schöne sachen dabei so war noch ein rennen dort wo dort drei ist darf dort zwei nicht fehlen auch die schöne promo ja und hier ist es genau da ist es auch das ist die bedruckte promo ihr seht aber da unten steht es so was ist kommt sehr selten vor dass eine promo schon bedruckt ist komplett mit farbe aber auch gut ich werde aber wahrscheinlich die meisten rennspiele abgeben bzw wie gesagt einige habe ich schon in der sammlung gehabt so es fängt an irgendwann mit richtig coolen sachen hier ist es auch cool aber leider ist die hülle smashed und passt natürlich zu sonic all star racing with banjo kansoi auch hier nur die disk aber eben halt sonic all star racer sonic und and all star racing richtig gut und schönes spiel ich weiß ich gar nicht wo ich zugreife versuche so die highlights und ich versuche ich jetzt dass ich zum ende fast nur noch highlights habe hier auch ein richtig gutes rollenspiel rosen 2 dark waters hier ist auch info zettel und dann ganz normal die promo des so ein spiel dass ich damals auch als promo bekommen habe ich weiß gar nicht für welche konsole weil ich es auch darüber geschrieben habe mal und ich habe doch die den hauptdarsteller den michael mann nummer interviewen das findet ihr übrigens das interview auf schottelde bis mal unter interviews klicken da findet ihr das von mir und michael mando ich damals zum release getroffen habe far cry 3 hier auch der passport drin und die disk richtig cool deswegen wie gesagt ich verbinde mit dem auch dann irgendwas cooles und das kann ich euch da auch nur als herz legen das interview zu lesen war sehr interessant und michael mando hatte auch eine tv-serien auch ein gewesen amerikanischen war auch bei spider-man jetzt muss ich gucken ich glaube bei homecoming dem allerersten spider-man mit tom holland da hat er den scorpion gespielt da kann glaube ich noch mal im zweiten film ganz kurz vor im knast aber auch richtig gut so die highlights jetzt kommt so langsam nähe ich mich nur noch highlights so haben wir hier den habe das habe ich schon bereits deswegen wird es mich auch einmal verlassen das habe ich bei euch auf dem polaris video also dem was ich da in der polaris gekauft habe da waren auch eine menge promos dabei da habe ich aber auch schon gehabt darksiders auch ein cooles game und ihr könnt ihr sehen eine silberne disk ihr seht da die unterschiede so ein bisschen ja jetzt geht es weiter mit richtig schönen highlights gut das ist jetzt nicht mein bestes spiel aber darf ich auch nicht finden der sammlung der mcwai das reboot neu versuch von capcom das war glaube ich team ninja was das gemacht hat auch hier nur ganz normal eine disk und ja ist ein spiel was mich nicht so überzeugt hat zwei drei gute level und dann wiederholte sich das für meinen geschmack zu stark aber es ist trotzdem ein cooles game ja so was gibt es noch hier auch noch ein cooles game von capcom teilweise sind die bandarolen übrigens hier noch drauf ich habe es noch nicht abgemacht asura was auch richtig gut wie gesagt cds ist immer identisch kein handbuch drin aber cd sind top zustand so und weiter geht es hier auch eins was ich glaube ich auch sogar doppelt habe aber ich glaube ich mir doppelt in bezug auf mit für playstation 3 wie gesagt auch sehr aus kreis 5 skyrim das spiel richtig cool aber damit ihr nicht zu sehr enttäuscht seid das ist wirklich nur eine disk großartiges game aber eben halt nur das game nun ist kein pannbuch oder so was braucht man das eigentlich schon so weiter geht es auch ein spiel was ich damals bekommen habe als ich habe es schon aber ich glaube auch mehr für die playstation ist metro last light richtig cooles game also die metro ist sowieso cool ich durfte darüber schreiben und ich habe den autoren der bücher der hat uns das damals bei einer pressevent vorgestellt auch das interview mit dem dimitri gluckowski glaube ich hieß der habe ich auf www schaut wie unter interviews schaut rein also sehr interessant der rede erzählt mir da sehr ausführlich wir haben fast eine stunde interview geführt das was ganz sehr lange gemacht weil wir beim event zeit hatten deswegen ging es fast eine stunde und da hat er mir erzählt wie er auf die ideen gekommen ist mit der moskauer untergrundbahn warum da seine geschichte spielt und so weiter und über die realität wie es dort aussieht richtig interessant also ich lege euch das interview ans herz hört mal rein oder schaut mal rein besser gesagt lest mal rein so muss ich sagen so weiter geht's das sind jetzt wirklich hier hochkaräter die immer mehr kommen ein spiel auch hat auch seine geschichte red faction guerilla auch richtig cool richtig cool ich werde am ende kann übrigens kein overblick machen von dem ganzen das mache ich bei promos nicht wenn ich über einmal ein spiel mal mehr erzählen soll in die kommentare dann werde ich dann noch vielleicht noch mal ein bisschen was hervorheben zu müsst mir dann nur den info geben welches so weiter geht's ja machen wir hier noch ein rollenspiel klassiker sogar ein bisschen ungewöhnliches teil aber auch von namco und richtig cool das in der sammlung zu haben ist auch nicht schlecht eternal sonata richtig schöner klassiker auch hier wie gesagt selbst rollenspiele haben nur die reine disk so auch hier ein klassiker und jetzt glaube ich sogar das ding ist nicht zielt aber ist das handbuch bei und auch dort so disk und zwar ihr seht es hier jetzt ein faible 2 auch eine schöne promo richtig coole promos ja jetzt geht es immer weiter in die richtigen eingemachten sachen wie gesagt 37 spiele waren es der live 5 hier musste sein der live coole serie richtig genial so jetzt kommt hier ein highlight und das müsste sogar an cut sein weil es die pg version ist es hat noch keine usk und man hier drin sehen ist keine usk drauf und zwar der darkness 2 richtig geiles game so ein ego shooter fantasy ego shooter nach dem comic darkness also so darkness richtig klasse ich glaube der original autor ist inzwischen verstorben und original zeichner aber es ist wie gesagt richtig kultig so 34 spiele sind hier noch drin hier ist leider die hülle kaputt das ist das trauge eigentlich dabei ansonsten ist das spiel ja gut nur normale disk hier könnt ihr sehen die hülle ist leider beschädigt ich hoffe ihr seht dass es handelt sich um axols 1 richtig cool wie gesagt hülle leider kaputt aber hülle ist hülle das kann man austauschen und so weiter auch wenn die promo höhen oftmals in diesem durchsichtigen grün sind werden die späteren höhlen eben halt ein bisschen dunkler sind aber echt cooles game so weiter geht's auch ein highlight kommt auch mit handbuch wir können sehen laura croft tomb raider anniversary in der promo fassung richtig cool finde ich richtig klasse auch eins meiner highlights hier drin wird so jetzt kommen noch zwei wirklich tolle sachen ein capcom spiel habe ich hier und auch eine disk nur in silber komplett und zwar dead rising 360 ist das nicht das witzige ist hier steht sogar dieses game was not developed licensed by the owners and creators oder creators of george a romero's dawn of the dead wegen dem kauf was wahrscheinlich hatte man anspielungen heute das aus dem weg gehen so das war fast die ganze kiste an neuen promos ich hoffe es hat euch gefallen jetzt kommt noch das absolute highlight dazu es ist sehr schwer ich vermute ein handbuch ist da drin ich kann aber das nicht sagen denn das spiel ist noch zielt deswegen auch in einer sonderschutzhülle gepackt aber es ist ein rollenspiel klassiker mittlerweile ein unterschätztes rollenspiel auch von den machen von final fantasy aber eben halt kein final fantasy und zwar lost odyssey ich habe es extra schutz und das ist komplett zielt ganz ganz leicht ist es ist es ist die schülle an der einen seite angerissen aber sonst mega top zustand und das ist ein absolutes sammlerungs highlights wie gesagt es ist schwer ich vermute dass ein handbuch mit drin ist wie ich ja sagte aber zu sein handbücher schon dabei aber es ist promotional copy das war's karton ist der der hier steht und jetzt habt ihr hier 37 highlights gesehen mein highlight habt ihr jetzt am ende gesehen lost odyssey aber auch weg ist ein mega titel und jetzt kommt ihr ins spiel leiten teilen abonnieren logischerweise aber mir sagen welches highlight hier was findet ihr besonders davon sagt es mir was es wäre euer highlight das soll es auch gewesen sein gar nicht mehr viel quatschen ich hoffe es hat spaß gemacht und wir sehen uns hoffentlich dann auch beim nächsten mal wieder bis dann